Der Ort des brutalen Geschehens bleibt anonym. Die beiden Männer agieren in einem leeren Raum, der überall sein könnte, wo Gewalt herrscht. Sie sind nackt und blutverschmiert. Es sieht aus, als hätten sie sich gegenseitig die Haut abgezogen. Trotz der abstrakten Elemente in seinen Gemälden, die Figuren sind flach, die Hintergründe oft monochrom, wandte sich Lian Gollup ausdrücklich gegen die Abstraktion. Figuration war für ihn der einzige Weg in die Welt. Die auffälligen Kratzer auf den Körpern stammen von einem Schlachterbeil, mit dem Gollup die Acrylfarbe bis auf ein Minimum abgekratzt hat. Das Motiv von Gewalt spiegelt sich im Entstehungsprozess wieder. Ohne Keilrahmen, nur an vier Ösen befestigt, hängt das Leinen schlaff mit kleinen Wellen herunter, wie eine abgezogene Haut. Der blutrote Hintergrund und die Größe der Figuren verstärken die unheimliche Atmosphäre von Angst und Aggression. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.